Lieber Desmond, du bist der Sohn von dem lieben Jörg Krepper und ihr macht hier gemeinsame Sache bei mir auf der Traumfinka auf Mallorca. Dein Vater macht die Darmkur und du sorgst fürs Essen, für dieses wundervolle Fünf-Elemente-Essen und wir machen jetzt zusammen eine Kochschule hier auf der Traumfinka. Erzähl mal, was ist das Besondere an deiner Kochkunst? Ja, was ist das Besondere an dieser Kochschulung? Es sind drei Tage intensives Kochen mit Wissensvermittlung über wie Gesundheit funktioniert im Körper, also auf chemischer Ebene. Im Grunde sehr wissenschaftlich basiert und nicht mit Dogmen besetzt. Das heißt, es geht uns wirklich darum, dass du verstehst, was passiert in deinem Körper und die Zubereitung der Lebensmittel spielt dort eine entsprechend wichtige Rolle. Und das ist es, was ihr anschließend auch direkt lernt in diesen drei Tagen. Man kann sagen, es ist ein Transformationskurs, wo du anders rausgehst, als du wieder reinkommst. Sowohl auf gesundheitlicher Ebene wie auch auf Verstandesebene. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Alles, was ich bis jetzt gelernt habe, hast du komplett umgedreht. Genau. Es ist sehr, sehr spannend. Es ist sehr spannend, es ist eine Erfahrung. Und es ist lecker und ohne Verzicht und es geht um Ausgleich, nicht um Verbote. So sagst du es immer schon. Genau. Im Grunde könnt ihr alle eure Glaubenssätze, die ihr habt, über Gesundheit zu Hause lassen und hier neu anfangen. Neu anfangen, genau. Okay. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit dir. Ich meine, du bist ja schon hier und wir machen ja schon ganz viel. Aber es gibt jetzt noch einen ganz bestimmten Termin, wo ihr Desmond dann nochmal persönlich kennenlernen könnt. Also vielen Dank für das kurze Interview. Bis bald. 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 Musik 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 Musik